So, so fängt der neue Vlog an. Gleich mal kaputtes Auto hier, ne? Aber so ein Whirlpool im Garten, das wäre auch schon, ne? Muss ich ja sagen. Ein bisschen Platz haben wir wohl noch. So ein kleiner Pool. Nein zu sagen. Der hat auch eine gute Tiefe, ne? Und hier hat sich schon einer in die Sauna verzogen. Das ist die Argenlein, ne? Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem warm auch, wenn die aus ist. Ist ja schön froh. Schön solide. Ich bin nicht froh. Ich kann da gerade noch so drehen. Bei meiner Tochter würde gerade so der Kopf aus dem Wasser raten. Also ich finde den hier ja richtig cool. So, jetzt sind wir wieder bei den kaputten Autos. Ich kann hier auf. Ich kann hier auf. Ich kann hier auf. Oha!